Hallo alle zusammen! Freut mich, ihr seid mit mir in Frankfurt auf die HMS. Die ist dieses Jahr noch so besonders, weil es hier genau in Frankfurt gibt diese World-Weltmeisterschaft beim Slythera. Ich möchte euch zeigen, die alle einwirken, was könnt ihr mit mir sammeln. Schade, ihr seid nicht da. Aber bleibt ja dran und seht ja, was geht hier alles los. Kreativität und Kompetenz habe ich auf jedem Event und Aussteller gesehen. Enthusiastische Patrick Cameron von Paul Mitchell System, der Meister Hochstecksfrisur Robert Kramans aus Deutschland, Aisha Atom und Hage Nissan und viele andere Autoritäten aus der ganzen Welt. Von diesen Top-Experten habe ich für euch die alle neuen Ideen, Trends und Produkten gesammelt. Wir haben so viel euch zu zeigen. In welcher Reihe Folge wird ihr das gerne ansehen? Verlosung. Für euch haben wir ganze Menge Werbeartikel und Pflegeprodukte aus der Messe mitgebracht. Die werden wir gerne zwischen euch teilen. Die anderen Videos werden Weltmeisterschaft, Im Produktrausch, Inspirierende Look, Hawaii Show, L'Oreal, Vela. Die Liste aller Videos findet ihr direkt unter diesem Video. Schreibt ihr bitte ins Kommentare, welche Video soll erste, zweite, dritte und so weiter hochgeladen werden. Auf dem Weg zum Festhalle sehen wir die Models aus dem Wettbewerb. Die gewünschte Wow-Effekt war erreicht jedes Mal, wenn das Frisurumhang ist runtergefallen. Jede Tag war unvergesslich und voll wunderbares Überraschungen. Jede Saal hat eigene Energie. Schlicht auf höchstem Niveau. Werkzeuge, Schulung, Utensilien und neue Produkte. Weltwebbewerb, die Frisurbranche. Volle Innovationen, Kreativität und Inspirationen. Weltwebwerb, die Frisurbranche. Weltwebwerb, die Frisurbranche. Weltwebwerb, die Frisurbranche.